Da macht das Spaß. Ich fahre hier gar nicht auf, ey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde MCPPH2Games. Ich bin heute das Kit, ich glaube ich bin das mal ein Backup, weil ich weiß nicht welches Kit ich gleich auswählen werde. Deshalb erstmal gucken, wenn da gleich ein paar Teams sind, renne ich weg und dann hole ich mir gleich Gladiator oder was auch immer. Und ja, erstmal hole ich mir jetzt ein paar Pilze und dann gucken wir gleich, was ich für ein Kit auswähle. Oder ich mache einfach so eine kleine Challenge und ich werde einfach das Kit nehmen. Der erste Typ, der jetzt irgendwie ein Kit, wenn der irgendein Kit hat, genau das selbe Kit werde ich dann einfach nehmen. Einfach von dem ersten Typen, der irgendwie ein Kit hat. Genau so mache ich das einfach. So eine kleine Challenge hier, mit dem Kit dann zu gewinnen. Könnt ihr auch mal so einen Versuch einfach Backup nehmen und dann mit dem ersten Typen, der einfach einen Kill macht, einfach das Kit von dem auch nehmen. Und ja, mal gucken, ob das hier gerade so wird. Ein paar Pilze holt ich mir hier. So, die hier nehm ich mir noch mit. Die auch noch. So, und dann hol ich mir schon einen Baum und hoffe, dass die Runde irgendwie was wird. Ich weiß, jetzt ist ja schon wieder Teams drauf. Ich kenne hier von welcher. Ich kenne Buttercake German, ich kenne Porta GHG, ich kenne Jewel V, ich kenne, wen kenne ich hier von noch? Junilico, keine Ahnung. Ne, früher gab es den, der hieß Junilico oder so. Ich weiß nicht, ob der das ist. Aber egal, ich gehe aber jetzt mal hier runter in die Schluch. Soll ich das machen? Da komme ich nicht wieder raus, aber egal. So, hol ich jetzt ein bisschen Stein. Bäm, bäm. Dann das und das und das. Und gut, wenn ich das Kit, der erste einfach hat, der einen Kill macht. Bestimmt, der erste, der Kill macht, ist einfach richtig krass. Ich würde einfach vor, der ist dann einfach so Assassin oder Spy oder keine Ahnung. Das ist ein richtig dummes Kit. Und der erste, der einfach einen Kill macht, der kriegt mich einfach. Ist auch schön, oder? Und der erste, der einen Kill macht, hat das Kit... Und... Na, ich will immer, wer wen töten. Naja, keine Lusten. Ah, Worte von... Chamäleon. Flash, Chamäleon. So, ich bin das Chamäleon, geil. Das heißt, ich werde mir gleich mal eine schöne Dings nehmen. Eine schöne Kuh. Dies oder ein schönes Schwein. Ja, Schwein ist auch schön, oder? Na, macht doch Spaß, uns schweinlich zu sein. Ich bin auch hier draußen. Links, von mir sind gleich Schweine. Hallo. Oh, ich bin jetzt ein Schwein. Falle ich hier endlich auf? Okay, würde ich gar nicht auffallen. Ich bin ein Schwein. Keiner sieht mich hier. So, wenn ihr noch nicht wisst, was Chamäleon macht, mit Chamäleon könnt ihr einfach mit eurem Weizen-Dings... Könnt ihr einfach... Oh, da kommt einer. Ich habe ein paar mehrere. Da könnt ihr einfach euer Dings... Und mit diesen... Also, ich zeige es einfach nochmal. Ihr könnt aber so ein Schwein hier rechtsklicken. Dann kommt ihr so ein Ei. Und mit dem Ei könnt ihr einfach... Ja... Was soll ich sagen? Halt ihr einfach ein Schwein und schaut so aus wie das. Mein Gott, die sehen mich nicht. Ey, Jungs, was ist da los? Ey, ist das ein Viererteam? Das ist ein Dreierteam. Das ist ein Dreierteam, Mann. Das ist ein Dreierteam. Ich fahre hier nicht auf. Ich gucke einfach zu. Alter, macht das Spaß. Ich fahre hier gar nicht auf, ey. Ey, Jungs, das wollte ich ein Dreierteam, Mann. Seid doch mal nicht so arm. Ihr seht mich wirklich nicht. Oh, wie geil. Ihr wisst ja, wie spart das gerade macht. Einfach sneak. Warte, eine... Warte. Okay, sind die... Gehen die jetzt weiter nach unten? Kämpfen die jetzt alle da unten drinnen? Soll ich dem helfen? Ich weiß es nicht. Nee, es sind wieder drei. Ach, ich weiß nicht. Ah, wenn der eine sich... Ah, fuck, Mann. Ich hätte den so easy runterdingsen können. Schlagen können. Aber wenn der eine hochkommt, schlage ich ihn wieder runter. Ah... Das macht so Spaß, Mann. Die schlagen mich auch gar nicht. Aber hier sind... Sind da doch andere Schweine. Ey, Jungs. Das ist eine Treurunde hier. Komm, gern die Schlucht. Ach, Mann, du hast... Die sollen da wieder... Die sollen da mal wieder dran sneaken. Oh, Gott, er kommt hoch. Pinguin-Pick. Nein, nein. Nein, er schlägt mich nicht. Er schlägt mich nicht. Verdammt! Nein! Oh, Gott, nein. Oh, Gott, nein. Meine Tarnung ist aufgefallen. Verdammt! Oh, Mann. Ich töte den Korz. Das hat eh nix. Hat der Hund. Ich hasse ihn jetzt schon. Nein. Ich will dich töten. Kannst du machen. Diesen Checker töten. Ja, die sind ja von ihm. Ich will... Und... Er hat noch einen Hund. Was ein doofer Typ. Oh, einen hat er noch. Er hat sich gerade... Er ist tot. Ja, okay. Störb, stirb. Ja, der sucht. Kann der einmal bitte sterben? Nein, hört auf den 2B1. Das ist mir ja auch. Das hasse ich sowas. Kann ich nicht töten? Hast du auch immer, wenn ich 2B1 werde? Ich muss nicht gebooset werden. Der läuft doch eh weg. Also muss man den nicht 2B1... Der läuft eh weglaufen. Muss man den nicht 2B1. Der unten ist ein anderer Typ. Ja, ich will mit immer. Ja, willst du den 1B1, oder? Ja, ja. Muss ich eh. Ja, aber eh gewinnen. Ja, ich will mit dem 1B1, oder? Stump. Woollt der Hacks? Warte, ich komme. Er hat wirklich Hacks. Ja, ich sehe es. Ach man Junge, warum hackst du denn? Ich mag nicht, wenn Leute hacken. Das ist so... Ich hasse das. Ich muss doch oft zu hacken. macht das geld doch einfach nur kaputt hallo portag er geht das ist bei dir weißt du noch so pass auf er wird sich eh gleich weg hallo hallo pinguin pic alles fit bei dir nein ich kann nicht wefeln alles fit bei dir na dann alles lecker weißt du wer ich bin 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 nein wirklich nicht heihoi ich bin heihoi lp ja heihoi lp rate reini oh er hat richtig geraten heihoi lp heihoi lp rp hat mich cool leip damit andere nicht wissen wer ich bin aktiv weißt du ja komm schlag mich in die stucht rein kommen jetzt ein paar kürzer bist eh weg so weg auch kein eisen ag ich habe ich gesagt ja wer toll nein mann keine ahnung ob der gut ist ich gehe auf den baum welche richtung seit die gelaufen richtung 1 wo wir jetzt hier hochkommen oder was was man richtig hinsetzen haben auch diese eigenen kämpfen soll ich gegen kämpfen kommen müssen wieder zurück ja einfach wegleucht mit full iron mach ich auch immer was ist ein hos und so so bin wir da chuck warum heißt du chuck chuck warum heißt du chuck pinguin ping warum heißt du pinguin ping ja weil ich weil ich einen richtig schlechten dinge habe und weil ich pinguine mag mein weh-taste geht einfach manchmal nicht lauf immer weg das ist schon mal toll ey komm hinter uns hinter uns hinter mir voll iron leg dir voll iron ja warte ich muss kurz weglaufen renn einfach renn einfach renn einfach renn einfach ja warte sup 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 ich muss regraften ich muss regraften mann man da geht nur auf dich mann ja ich bin immer ein bisschen ja geiler das ist einfach klappler mann was ist denn für einer alter ich hab keinen green club mehr und fast gar keine subs mehr ich hab zwei subs da nicht ich hab eineinhalb mehr und wie läuft's? er sind milliarden zombies alter hallo bunker hallo stomper man muss man muss einfach nur einfach nur stompern denn dann wird er sich schon angesprochen hat er schwer gedroppt nein hat er nicht man da sind 5000 milliarden ich hab keine rüstung wir haben so ein full iron gekillt und dann kam direkt so ein grässler mit full iron und wollte uns abschlafen ja entschuldigung dass ich dann immer der typ bin der sich da die rüstung snacket und tut ach wie viel suppen hat er denn noch weil ich mein eisenschwert kaputt ein bunker geh mal auf dojo das liegt richtig wie das kind also so wie du ja genau so wie ich an deinen eiern diese zombies regen mich sowas von auf ach komm ja sein helm ist kaputt ja gleich ist alles kaputt ja ich muss eh noch was einstellen bei mir ich hatte noch fünf herzen und auf einmal war ich tot aber zerschweckst du kurz den skin ja ich weiß nicht du musst eh mega ich hatte es noch was warte wie heißt dieser skin ist der einfachste den es gibt irgendwie äh alter ich hab mal nach 80 gärten geguckt nur auf so schwulen seiten kann doch mal bitte einmal sterben gehen unterbunte weiberskins und das manchmal nicht mal mit dem tiger welcher ip 1,3 ich hab mein schwert gedroppt ich hab mein schwert gedroppt ich hab mein schwert gedroppt trotzdem ich hab mein schwert gedroppt weil ich hier bekomme den skin damit du ja vielen dank bieb dich auch schreib mal ein bisschen her ach Junge ja sorry Spam Schutz oh scheiße geht doch endlich ich brauch den link glaub ich nochmal ach komm schon na komm schon na komm schon und er hat genau gar nix ah digi aber ich dachte jetzt so der hatte so richtig voll die krasse Rüstung und dann hat er einfach gar nix hey hey ja der war sogar meiner aber hat irgendwie nix gemeint warte überhaupt meiner hat er einfach nur eine spitze ne er war wirklich meiner der liebe gaysmagie unterstrich br und ja ich bemerke grad einfach so beim schneiden dass ich einfach die abmoderation vergessen habe und ja dann würde ich jetzt einfach sagen sag ich jetzt mal tschüss und ja diese beiden hg runden die ich da gerade zusammen geschütten haben waren einfach mal so ein paar random runden kann man fast sagen wo ich einfach mal in den tsch gejoint bin und mit ein paar leuten einfach mal gespielt habe und ja die erste runde war einfach so eine toll runde wo ich einfach mal mit Kamele was gemacht habe aber egal auf jeden fall hoffe ich sie haben euch trotzdem gefallen und da würde ich sagen tschau da rein bis zum nächsten mal und tschau bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal